Das Bearbeiten der Windows-Host-Datei kann sich als schwierig herausstellen. Die Host-Datei übernimmt auf deinem PC die Aufgabe eines DNS-Servers. Ein DNS-Server löst die Namenadressen, z.B. google.com in eine IP-Adresse, z.B. 172.217.1.14 auf. Die Host-Datei ist in jedem existierenden Betriebssystem auf der Welt enthalten. Um diese Datei zu bearbeiten, braucht man, egal unter welchem Betriebssystem man arbeitet, bestimmte Rechte, unter Linux, bspw. Root-Rechte und unter Windows Administratorenberechtigung. Die Host-Datei lässt sich unter dem Verzeichnisfad c-windows-system32-drivers im Ordner etc finden. Da du die Host-Datei nicht einfach so aufgrund mangelnder Rechte bearbeiten kannst, musst du zunächst den Editor als Administrator ausführen. Gib dafür in der Windows 10 Suche Editor ein und mache einen Rechtsklick auf diesen, drücke nun auf als Administrator ausführen und bestätige die Meldung der Benutzerkontensteuerung mit Ja. Wähle nun im Editor Datei öffnen oder drücke STRG-O. Kopiere nun den Verzeichnispfad, den wir eben aufgerufen haben, in die Verzeichnissuche. Wähle unten rechts alle Dateien, also Sternchen.Sternchen aus, damit werden alle in diesem Verzeichnis enthaltene Dateien angezeigt. Um die Host-Datei nun endlich zu öffnen, klicke einmal auf diese und wähle dann Öffnen. Möchtest du nun einen neuen Eintrag hinzufügen, trage ihn in die unterste Zeile ein. Jeder Eintrag sollte in einer separaten Zeile stehen. Schreibe an den Zeilen Anfang die IP-Adresse und mit einem Leerzeichen dahinter getrennt den dazugehörigen Host-Namen. Speichere zum Schluss die Datei ab und drücke dann entweder STRG-S oder wähle Datei speichern. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Erfolg beim Bearbeiten deiner Host-Datei unter deinem Betriebssystem. Tschüss und bis dahin.